Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute wieder mit unserem Wasserexperten aus Deutschland, Erich Meidert. Und ich freue mich super, dass er heute wieder da ist, weil wir nämlich eine Art Quiz machen. Er hat uns Bilder mitgebracht und wir sprechen ganz spontan über die Themen, die ich ziehe. Okay, hallo Erich. Servus, grüß dich Gott. Ich freue mich sehr. Habe die Ehre, komm zusammen. Wir haben schon einen Teil gemacht zum Thema mit unserem Wasserquiz sozusagen. Oder zwei oder mehrere? Ja, eins haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Heute machen wir das Zweite. Ja. Und ich lege auch direkt los, weil ich ja so froh bin, dass du heute auch da bist, dann können wir die maximalen Informationen rausnehmen. Und da... Auf geht es beim Schichtel. Oh, yes. Ich sage mal. Das ist ja gut, ja. Ja, es ist gut. Ich gebe dir das mal, kannst du es in die Kamera halten. Das hat jede Folie. Ja. Und zwar habe ich das gefunden in Südkorea, diese Grafik. Okay. Und dann haben wir gedacht, das muss ich jetzt ein bisschen nur umschreiben. Also ich gebe schon mal die Quellen an, weil es gibt ja so viele interessante Dinge. Also hier geht es um das Thema Mineralisierung, Fremdstoffe. Warum ist reinstes Wasser so wirkungsvoll? Ah, okay. Umkehrosmose Wasser zu trinken. Und dann kamen seine ganzen Sportkameraden. Ich habe das auch schriftlich verdient. Und habe gesagt, mein Alpskerle, Alpsbierble, da stirbst du ja, destilliert das Wasser. Und dann, das geht ja gar nicht. Und oje, oje, du wirst das schon sehen. Aber er hat gesagt, das Wasser schmeckt mir, das tut mir gut. Und sowas. Also er hat das komplett mit einer Umkehrosmose gefiltert, ohne zu remineralisieren, gar nichts. Nein, nur noch Umkehrosmose Wasser getrunken. Okay, und das ist ja wirklich wie destilliertes Wasser. Im Prinzip kann man sagen, ja. Aber ich sage mir, was kommt denn eigentlich vom Himmel runter? Aquadestillator. Weil die Wassermoleküle steigen hoch und kommen wieder runter, als reiztes Wasser. Du kannst es mit so einem einfachen TDS-Messgerät, wo du die leitenden Stoffe misst, kann man das ja feststellen. Man nehme, liebe Zuschauer, nimmt es einfach als Schüssel. So ein TDS-Gerät kriegst du für uns für 5 Euro geschenkt, praktisch nur Versandkosten. Und dann tut man es in ein Regenwasser rein. Und im Regenwasser sieht man dann, oh, da ist ja gar nichts drin. Und dann kommen wir zu dem, oh, die wertvollen Mineralien. Ja, Bierble, Kalle, geht ja nicht, haben die Schwaben eben gesagt. Also geht ja gar nicht. Und dann hat er mir aber geschrieben, also jetzt bin ich 79 und ich bin der Einzige, der noch mit meinem 37-jährigen Sohn zockt, Tennis spielt. Alle anderen sind echt. Und ich sehe es bei meinen Klassentreffen. 40 Jahre Abiturjubiläum, wo sie alle daherkommen. Und ich denke, ja, gibt es das, komm, jetzt trinken wir noch ein Wasser oder spielen wir mit einem Fußball oder so. Oh, nein, nein. Manche kommen mit wirklichen Rucksäcken dabei, mit unvorstellbar, dass die Leute, die mit dir in der Klasse waren, was aus denen geworden ist. Und ich bin halt der Wassersäufer, aber wie gesagt, das ist das Beispiel. Und hier ist das Beispiel eben so, wenn du jetzt ein Wasser hast, jetzt sage ich es mal immer einfach zum Verstehen, wo viele Teile schon drin sind, eine gesättigte Lösung. Jetzt hier mit 300 ppm. Es gibt ja von der EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, hatte früher gesagt, dass Wasser nur 200 Parts per Million haben darf. 200. Leitende Stoffe. Heute darfst du 1300 haben. Das sind ja auch genug leitende Stoffe drin. Ja, und leitende Menschen dann daraus, das sage ich einfach. Oder man hat Natrium genommen, das waren früher 20 Milligramm Grenzwert. Heute ist es 200. Und für Babynahrung darfst du auch nur 20 nehmen, aber jetzt gibt es Mineralwässer, die haben 700. Komme ich neulich ins Trainingslager von einem Bundesliga-Freitern, dann sehe ich, was die für Wasser trinken. Ja, es hat 700 Milligramm gehabt, Dings von dem Natrium. Salzwasser. Kommen wir aber zum Thema Herzinfarkt, kommen wir da noch dazu. Die ganz einfache Botschaft ist, je kleiner die Wassercluster, je kleiner die Wassercluster. Ein Wassercluster zum Beispiel, so ein hexagonales Wasser, hat eigentlich 5, 6 Cluster. Je kleiner die sind, umso mehr können Sie das jetzt zum Beispiel an einer Haarwurzel. Da sieht man, hier ist eine Ablagerung, hier ist ein Stoff drinnen. Und je kleiner, wenn ich jetzt Wasser habe, als gesättigte Lösung, wo schon viele Teile drin sind, dann geht das einfach nicht da rein. Da kommt es rein. Da kommen wir auch beim Thema hochmineralisiertes Wasser und Zell verfügbar wieder. Ganz einfach, Meerwasser, rotes Meerwasser oder viele Heilwässer steht drin. Nicht bei Herzinsuffizienz und Nierenbeschwerden. Ja, warum denn wohl? Und auch die sogenannten Heilwässer darfst du nur dosiert oder nach Rücksprache nach dem Arzt trinken. Warum denn wohl? Durch eine Niere läuft am Tag 2000 Liter, by the way. 2000 Liter sind 200 Eimer, während wir jetzt da hocken, gehen durch unsere 110.000 Kilometer. Non-stop geht es durch. Also wieder ein anderes Thema. Aber jetzt nochmal, ganz einfach, wenn ich Wasser habe mit vielen Fremdstoffen, dann tut es sich schwerer, da reinzugehen und das mitzunehmen. Während hier ein Wasser, da siehst du die kleinsten Wassermoleküle krabbeln rein, nehmen den Müll mit auf und transportieren ihn raus. Das nennt man Entgiftung. Und das ist ja der Prophet Dr. Karl Probst, ist ja auch genau meiner Meinung, dass er sagt, Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Und ich sage halt, je weniger mineralisiert, umso besser. Auch der Nachweis vom Professor war so, je höher mineralisiert, umso höher die Sterblichkeit. Ist nicht widerlegt. Mineralien sind unvorstellbar wichtig. Unvorstellbar wichtig. Aber in einer Form, die uns der liebe Gott geschenkt hat, die uns ein Herz zum Singen bringen, Proverbets. Sondern es sind Erdbeeren, frische Blaubeeren, alles was schmeckt. Bananen, Obst, Gemüse, die haben Mineralien drin. Und zwar die, die wir brauchen. Und zwar Kalium und nicht Kalzium. Auch das ist wieder ein anderes Thema. Aber hier, die Folie heißt, je kleiner die Cluster, je weniger Fremdstoffe, umso mehr kann es rein. Umso mehr nimmt es den Müll raus. Nennt man Entgiften, Entschlacken. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir einfach diese Stoffwechselreste. Durch jeden Stoffwechsel in der Sekunde kommen ja mindestens 10 Millionen Zellen kommen und gehen. Also je älter ich werde, umso mehr vermüllter wird der Körper. Wie gesagt, Probst ist der Beste, der es am besten ausdrückt. Raus, Mülldeponikörper, Entgiften, Entschlacken. Und je sauberer Wasser, umso mehr nimmt es auf. Umso mehr, auf bayerisch, schworbt es aus oder schwemmt es aus. Jetzt kommt aber auch die Argumentation immer, dass man auch Mineralien mit ausschwemmt und dadurch der Sportler Probleme kriegt mit so leeren Wässern. Hast du jemals schon eine Studie gesehen? Jemals einen Nachweis? Auf der ganzen Welt? Jemals? Wenn irgendjemand der Leute draußen was hat, was man nachweisen kann? Ich glaube, es kam mal irgendeine Geschichte mit einer Läuferin, die destilliertes Wasser bekommen hat und zusammengeklappt ist. Gab es sowas? Ja, aber ich sage, Kinder, wir brauchen die Mineralien. Aber das Volksverbrechen, ich nenne es ein Verbrechen, ist, dass die Leute nicht kapieren, wie viel Kalium wir brauchen. Wir haben nämlich das Thema Kalium-Natriumpumpe. Und früher hatten wir 20 Milligramm Kalium und 1 Milligramm Natrium. Natrium-Kalium-Pumpe. Und heute ist es 20 Milligramm Natrium und 1 Milligramm Kalium. Das hat sich komplett durch dieses Überversalzene in allen Lebensmitteln, alle Haltbarmachungen, sei es eine Wurst, sei es egal was, immer haltbar gemacht mit Salz. Und dieses Verhältnis ist komplett umgekippt. Und natürlich brauchst du Mineralien. Aber dann schau dir mal an, die Banane oder was die drin haben und Kalium. Das Verhältnis 20 zu 1 ist umgekippt ins Verhältnis 1 zu 20. Und den Nachweis habe ich natürlich jetzt sehr gut hier von dem Professor, der Dr. Jakob, den gibt es ja noch, der Jakobsweg. Und der hat da ein paar ganz gute, warte mal, ich habe das da. Das ist einfach wichtig, die Tabelle, wo man sieht. Ja, was noch wichtig ist, der Tagesbedarf für Kalium, das Buch kann ich super empfehlen, der Tagesbedarf für Kalium ist bei, sagen wir mal im Schnitt, 4000 Milligramm. Und du wirst kein Wasser finden. Du gehst irgendwo hin in den Supermarkt, du wirst kein Wasser finden, mehr als 2, 3 Milligramm Kalium. Kalium ist aber das wichtigste intrazelluläre Mineral für die Reizweiterleitung. Und was haben wir im Wasser? 2, 3 Milligramm und durch 4000. Also du wirst sterben, wenn du am Tag deinen Kaliumbedarf aus dem Wasser nimmst. Aber dann nimmst du hier, schau, der hat das schön aufgewertet, der hat Natrium zum Beispiel, jetzt nehmen wir irgendwie Himbeere. Himbeere hat 1,3, Natrium, Kalium 320, Magnesium 13. Oder Mann, was nehmen wir viel, also egal, was, vor allem Bananen haben wahnsinnig viel Kalium und Kalium und diese Tabelle. Und darum ist das einfach nur blödes Geschwätz, weil ich sage, Wasser und Mineralien sind gleichberechtigt. Ich halte Mineralien, aber du nimmst sie aus einem frischen Saft, aus einem Smoothie. Da lachst du, das schmeckt ja, da kriegst du gar nicht genug. Das ist super in der Verdauung, aber du hast alles drin, was das Leben bringt. Und diese Mineralien haben eine Ladung, die sind positiv-negativ geladen. Weil eine Pflanze lebt ja auch, du pflückst die und du kannst ja mit bildgebendem Verfahren die Aura messen. Also nehme ich doch die Mineralien aus Früchtsäften und dann nimmst du halt, Anthony William ist natürlich extrem, aber ich mache mir auch einen Sellerie-Karotten-Rote-Beete-Saft. Das ist ein Power-Trink vor dem Herrn. Aber bitte nicht so ein versalzenes Wasser, wo ich sage, da sperren Sie mich ein damit. Also mit Trinkwasser vor dem Mineralwasser darfst du ja alles machen. Da darfst du ja 16 Stoffe, bitte, das ist doch absurd. Aber da sehe ich, und darum ist das Argument einfach, ich sehe noch keine Studie, wenn du dich sozusagen ausgewogen ernährst. Aber die ausgewogene Ernährung ist ja auch der nächste Witz, weil halt diese Mineralien, wie wir es haben in Tomaten und so Gurken, in konventioneller Landwirtschaft praktisch nicht mehr drin sind, in Bio-Landwirtschaft. Aber ich kann es ja messen. Ich messe es. Ich habe zum Beispiel einen Versuch gemacht mit zwei, das ist aber eine Folie, glaube ich, ist noch drin. Ist wurscht, aber bringen wir jetzt. Ich habe einen Tomatenstrauch genommen mit acht Tomaten. Jetzt lege ich das wieder zur Seite hier. Das ist unser Chaos. Also ich habe einen Tomatenstrauch, die Tomaten habe ich auseinander geschnitten, habe ein Redox-Messgerät reingesteckt. Redox heißt, ist es reduzierend oder oxidierend? Dann habe ich diese Tomate raus und da hatte ich bei konventionellen Tomaten plus 30 Millivolt, das heißt ein Oxidant. Das hat keine Antioxidantien mehr, weil es einfach keine Elektronen mehr hat. Dann habe ich es in ein Wasserstoffwasser rein und nach einer Stunde hatte das nicht plus 30, sondern minus 100. Also man kann auch das nochmal aufpäppeln. Aber das ist leider die Realität auch von unserer Nahrung. Aber jetzt stell dir mal vor, du nimmst die Steine und Salze aus dem Wasser. Also wie gesagt, erstens gibt es für mich, ich habe noch nie einen Nachweis gesehen, der wissenschaftlichen Kriterien standhält. Und zweitens darf niemand vergessen, dass Mineralien das absolut gleichwertig ist wie Wasser. Aber die Frage, woraus besteht denn ein Mineral? Bitte, eine Wassermelone hat 99 Prozent Wasser. Die bestehen ja alle aus Wasser und aus Licht. Und das gibt uns wieder die Energie. Über Licht habt ihr ja schon mal gesprochen. Licht ist ja das, was uns treibt. Keine Pflanze könnte ohne Licht, auch hier, eine Pflanze würde jetzt jahrelang halten, weil sie kriegt das Infrarotlicht. Licht ist immer und überall. Und du kannst eine Pflanze nur dann komplett umbringen, wenn du sie in einer Dings, das ist das Geheimnis von diesen, wie heißen die Getränke, wo man so isoliert, wo der Tee oder Kaffee immer warm bleibt. Ah, eine Thermoskanne. Eine Thermoskanne. Die haben innen eine Isolierschicht und da kommt kein Infrarotlicht durch. Darum halten sich die lang. Weil das Licht reagiert ja mit dem Wasser in Wärme, wandelt sich das um. Also darum, wo waren wir jetzt eigentlich bei dem Thema? Ja, sehr verfügbar. Und Mineralien. Ja, ja, genau. Mit dem Ausschwemmen. Ja. Also Mineralien, extrem wichtig. Smoothies, Obst, Gemüse und auch Nahrungsergänzungsmittel kann ich massivst empfehlen. Ich habe keine Firma, du wirst nirgends bei mir was finden. Aber ich sage, liebe Leute, nehmt das an Nahrungsergänzungsmitteln, prüft das, testet es kinesiologisch. Gibt doch nichts Leichtes, wie kinesiologisch testen und Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und dann kriegst du halt ein großes Problem. Weißt du, was für ein Problem kriegst? Mit sauberem Wasser und mit vielen, ich hoffe es ist nicht eine Gesundheitsaussage, du siehst deinen Arzt nur noch beim Schafkopfer. Das behaupte ich aufgrund dieser 14 Jahre, wo ich das jetzt mache mit dem sauberen Wasser und die Bedeutung von Mineralien, kann man nicht hoch genug. Was nimmst du noch zu dir an zusätzlichen? Ich probiere viel. Ich bin einfach der, der viel probiert und auch dann viel Fehler macht und da merke ich, oh, das ist nicht gut. Ich teste halt oft kinesiologisch, aber zum Beispiel, was ich immer schon nehme, aber jeder ist einmalig. Ja, das stimmt. Ich nehme oft Astaxantin zum Beispiel, solche Geschichten oder so, aber ich probiere einfach viel. Und du kennst ja Nahrungsergänzungsmittel, was da läuft. Ja, ja, eben, genau. Also ich bin ein Freund von diesen Quarton-Mineralien, der Hartmut Fischer bietet auch so Mineralien an. Ich war da bei Quarton in Alicante, drei Tage, hat mir das Werk genau angeschaut und hat gesagt, ja, wie gibt es das, wie machen die das? Und die Quartons haben halt zum, oder vom Hartmut, die haben alle 78 Mineralien und Spurenelemente in der richtigen Wechselwirkung, in der richtigen Dosierung. Du findest auf meiner Homepage steuer Informationen, aber keine Links, keine Affiliate. Ich will keinen Cent Geld haben, ich will es nur denen geben oder sagen, Leute, geht es in die Spur. Das kommt eh dann mit positiver Energie zurück und das macht mir Spaß. Super, perfekt. Ziehen wir weiter. Jawohl, bleiben wir halt da. Sehr schön. Next one. Hi. Oh, das ist natürlich, das war die wertvollste Folie, die ich je bekommen habe. Die wertvollste. Der Zimmermann, der Verfasser hat mir das auch erlaubt, die zu wenden. Das ist die Originalfolie. Auch wieder ein Schema von Probst oder egal wie, wo sich streiten. Das ist ja jetzt in dem Corona-Wahnsinn auch wichtig. Das Wort darf man gar nicht mehr sagen. Es ist immer das Milieu mit 10, 19. Also ein Wahnsinn kann ja sein, dass ich es positiv auch meine. Könnte es sein. Ja. Ich lebe die Theorie. Also, diese Folie ist die wichtigste, weil da habe ich es kapiert. Nämlich, du hast jetzt das System der Grundregulation nach Professor Pischinger. Das ist schulmedizinischer Standard. Und da erklärt er, wie eigentlich unser Stoffwechsel funktioniert. Du hast ja die Blutversorgung. Ja. Von der Blutversorgung zur Zelle muss es immer über das Bindegewebe. Immer muss es durch. Jetzt müssen wir uns das vorstellen. Wir haben ja 70 Billionen Zellen. Also, wir sprechen im Mikrobereich. Aber dann hast du noch dazu die Lymphe und die Nerven. Und die interagieren natürlich auf engstem Raum miteinander. Aber das sind die vier Hauptakteure. Blutversorgung, Zelle, Bindegewebe und Lymphe und Nerven. Und alles muss immer über das Bindegewebe funktionieren. Und jetzt gibt es einen guten Satz. Und hier sind diese Ablagerungen, die sich im Laufe der Jahre bilden. Die Zellulite. Wenn du ein Gramm, das ist die Folge, wenn du ein Gramm am Tag nicht verstoffwechselst von den Stoffwechselendprodukten, die wir ja billionenfach jeden Tag haben, durch die Zellen kommen und gehen. In der Sekunde kommen 10.000. Wenn man das hochrechnet, ist es absurd, ist es astronomisch. Aber eine Zelle ist ja wie ein Kraftwerk, wie ein Kohlekraftwerk, das verbrennt. Und das macht natürlich auch, wo Feuer ist, ist eine Asche, ist Energie. Wenn du ein Gramm am Tag nicht verstoffwechselst, dann hast du in 30 Jahren 12 Kilogramm Stoffwechselreste. Und diese Stoffwechselreste müssen wohin? Du hast es ein Stichwort gegeben. Frauen haben natürlich aufgrund der genetischen, der Konstellation Bindegewebsthemen. Ich habe jetzt aber auch schon Männer mit Zellulite gesehen im Freibad. Ja. Es kommt auch zu euch. Ja, die haben heute ein bisschen viel Sachen im Trinkwasser drin. Also das muss ich auch sagen. Das ist ja auch die Verweiblichung. Man sieht es ja jetzt im Wasser auch, dass die Männchen praktisch verweiblichen und die weiblichen werden unfruchtbar. Das kommt durch die ganze Medikamentenbelastung im Trinkwasser drin, im Abwasser. Und natürlich passiert das bei den Männern auch. Also wir marschieren da auf. Darum ist die jetzige Sache gut. In dem Sinne, dass man die Chance hat zu sagen, hör mal, nicht der Gott in Weiß und der auf der Kanzel oder derjenigen, der irgendwas unterschreibt, sondern du kannst selber sagen, stimmt das alles? Und das ist das Gute an der jetzigen Informationszeitalter, dass wir die Möglichkeit zu haben, ist der mit dem weißen Kittel, lebt der nicht davon, dass ich wiederkomme. Er lebt doch davon, wovon konnte er eigentlich leben, wenn der jetzt so einer wie ich, ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn echt nicht. Wofür brauche ich ihn? Also ich weiß ein bisschen, er erkundigt mich und so. Das ist natürlich auch Hochkonjunktur für andere. Also nochmal, diese Folie ist die wichtigste, weil sie zeigt, und jetzt kommt ganz wichtig, aufpassen, nicht einschlafen, von der Blutversorgung in die Zelle, muss es immer über das Bindegewebe. Und je älter ich werde, umso vermüllter werde ich, verschlackter werde ich. Und dann kommt nämlich die Zellversorgung, das sagt auch der Probst richtig, dann vorhin, wenn ich jetzt ein Nährstoff bin und will von der Blutversorgung in die Zelle, dann sind die Räuber, also die Ablagerungen, die klauen mir Sauerstoff, die klauen mir Nährstoffe. Also habe ich eine schlechtere Zellversorgung. Dann habe ich die anderen Räuber, die im Weg stehen. Das heißt, sie verhindern erstens die Versorgung, zweitens die Kommunikation. Und das ist halt das Entscheidende. Und wie kann eine Krebszelle entstehen? Haben wir wieder bei der Spannung. Reden wir, wenn es schlecht hydriert ist, also umso weniger Nährstoffe, Sauerstoffe kriege ich rein. Und die Zellversorgung und die Zellkommunikation funktionieren nicht mehr. Weil die Zellen interagieren ja miteinander in Lichtgeschwindigkeit. Du kratzt dich da oben und plötzlich merkst du, oh, gleichzeitig spüre ich am C was, irgendeine Wirkung. Kennen wir ja. Ja, also und über die Lymphe wird es abtransportiert. Und die Nervenkanäle natürlich, wenn ich so viel Müll habe, dann darum sind ja die alten Leute oft zu Spaß befreit. Weil die ihre ganze Energie brauchen, um zu überleben. Zur Versorgung. Die haben nicht mehr so viel Power. Und dann schaut er die Kinder auch an. Die legen sich hin. Die schwitzen. Die gehen ins Fieber. Und dann stehen sie auf. Aber die sind gesund. Die sind fit. Die sind lustig. Die sind hungrig. Weil sie einfach dieses Thema nicht haben. Der kompletten Vermüllung, Verschlackung. Der beste Aufsatz, den ich je gelesen habe, ist von dem Dr. vom Riedler. Der heißt Mülldeponie Mensch. Ist auch auf der Homepage drauf bei uns. Also das ist diese Folie, wo er sagt, okay, so funktioniert der Kreislauf. Und das ist schulmedizinischer Standard. Die jetzige klassische Medizin sieht das nun nicht so komplex. Aber die Krankheiten können nur entstehen in diesem Milieu. Und das hat auch der Professor Vasson auch gewiesen. Es gibt halt ein Milieu im Körper. Das besteht aus Blut, Eichel, Speichel und Urin. Und dieses Milieu, Zellmilieu, das ist entscheidend. Wann kommt ein Tumor? Wann kommen andere Krankheiten? Sie brauchen ein Milieu. So wie im Herbst die Pilze wachsen, die brauchen ein Milieu. Die Leute gehen raus und sagen, Schwammerlzeit, Schwammerlzeit. Weil Dunstig, Feuchtigkeit, Nebel, dann kommen, wachsen die Pilze. Aber im Frühjahr, die Schneeglöckchen brauchen auch ein Milieu aus Sonne und aus dieser Umgebung und dann wachsen sie. Und nur so kann eine Krankheit entstehen. Darum ist das Thema entmüllen, entmüllen, entgiften. Raus aus Körper, Geist und Seele und aus der Verwandtschaft auch noch. Und das ist also irgendwie sowas. Ja, super. Also wenn man sich jetzt mit dem ganzen Thema Wasser, Reinigung, Aufbereitung, was hast du da alles, was hast du denn da genau? Also was machst du denn? Was ich mache, ich sage, liebe Leute, passt auf, es geht so. Mineralien, extrem wichtig, Smoothies, Obst und Gemüse, absolut zwingend. Mineralien und sauberstes Wasser. Keine Mineralien aus dem Wasser. Es gibt natürlich auch wieder, wo sie sagen, ja, unser Wasser ist nicht mineralisiert, aber es hat überhaupt keine Bedeutung. Im Gegenteil. Wasser hat nachgewiesen, je höher mineralisiertes Wasser, umso höher die Sterblichkeit. Das will natürlich die Mineralwasserindustrie nicht hören. Das wollen die Ionisierer nicht hören. Das wollen die Wasserversorger nicht hören, weil es natürlich deren Geschäftsmodell nichts ist. Der Wasserversorger kriegt es nicht mehr her. Die Mineralwasser verdienen Milliarden und die Wasserfilter, die sagen, die Wasserfilterleute, die den Müll, was ihnen aus dem Wasser geliefert wird, nicht ins Abwasser, die mögen mich auch überhaupt nicht, weil ich sage, es hilft ja nichts, wenn du einen schönen Wasserfilter hast. Und dann sammelst du den ganzen Müll und Hokuspokus, Abracadabra, das Gute kommt raus, das Schlechte bleibt drin. Dann kommt wieder Wasser nach, was relativ unbelastet ist, in einen total vermüllten Filter. Und dann soll wieder Hokuspokus das Gute rauskommen. Und das sind ja dann alles nur die wertvollen Mineralien. Also bitte, wie soll das gehen? Ich verstehe es nicht, ich bin zu blöd, aber die mögen mich nicht. Aber es ist halt auch einfach eine Lösung. Und um das zu machen, ich sage, die Osmoseanlagen, die musst du schon, also Osmose nur als erster Schritt wohlgemerkt, als Grundlage, weil das Osmosewasser tot ist, nicht gut, als Grundlage der erste Schritt entmüllen, entgiften, so wie ich es da gesagt habe. Und das trifft auch fürs Wasser zu, weil einfach die Belastung durch 150 Jahre Industrie, durch nicht abgedichtete Kiesgruben seit 150 Jahren, durch zwei Weltkriege, wo Giftgas etc. ist, dass man den ganzen Müll raus tut und Return to Sender schickt. Fürs Trinken, Tee, Kaffee brauchst du eine Filteranlage, und zwar eine auf Basis Dampfdestillation oder Umkehrosmose. Dann hast du mal das weg und dann kannst du das beleben. Und das macht halt einfach dann ein gutes Wasser aus, das einfach diese Reste mitnimmt, wie wir es vorhin schon mal gezeigt haben, und entschlackt, entgiftet. Und dann bist du am richtigen Weg und dann nimmst du noch deine Mineralien, aber Mineralien auch haben eigentlich nur Wasser und Licht und schmecken auch gut. Und dann geht es, du spürst ja die Energie. Die Leute brauchen es ja nicht glauben. Es gibt ja jetzt in den Supermärkten auch schon viele von diesen Fruchtdingern, Smoothies, aber macht einmal selber einen. Ein Smoothie-Maker kostet 50, 70 Euro, ein guter kostet 300, 400 Euro, den hast du ja jahrelang. Und das lohnt sich. Bei mir im Büro, ich mache ein-, zweimal in der Woche für meine ganzen Angestellten, mache ich Smoothie. Und da kommen dann rein Bananen, Äpfel, Birnen, alles, was mir so in den Weg kommt oder was saisonal gut ist. Und das ist einfach pure Energie. Super. Cool. Hast du noch eine Infoseite, wo man sich... Also auf mrwater.eu steht eigentlich so alles drinnen, diese Empfehlungen, die Filterprozesse und warum wir gewisse Filteranlagen nicht bevorzugen. Und weil ich einfach die Begründung liefere oder sehr viele Tests natürlich auch, wie ist die Rückhalterate. Wir haben jetzt einen Test gemacht über ein Jahr über Mikroplastik und das war also super, was filtern wir alles raus, was kommt raus. Und die anderen, sagen wir mal, ich sage halt, sauberstes Wasser ist der Schlüssel und dann muss das beleben. Und die Mineralien holst du dir, so einfach ist es eigentlich. Das ist eigentlich meine Botschaft. Und das muss halt auch bezahlbar, nachvollziehbar, messbar sein, aber immer auf der Basis Wasser und Mineralien, Licht und ist der Schlüssel und dann entgiften, entschlacken, raus in die Sauna, schwitzen, eben was probst oder viel, jeder sagt einfach immer raus. Und dann frage ich auf die Bauern mit 85, 90 Jahren und jeder macht eins, der schwitzt einmal am Tag. Und das ist ja einfach, du musst am Tag, ich sage mal, das Beste ist ja zum Gesundbleiben, ist die Kneippkur. Ich frage sie immer, wenn es... Ah, jetzt ist November, ich bin erkältet, du bist der Warmduscher. Mach einfach normale Dusche und beginn mit 5 Sekunden kalt. Aber ich dusche zum Beispiel jeden Tag... Ach so, ich mache es immer zum Schluss arschkalt. Ich dusche zum Schluss 2 Minuten eiskalt. Ja, so mache ich es. Ich könnte gar nicht mehr anders. Ja, genau. Und dann lässt du, jetzt sage ich, von der Heilung oder vom Gutwerden, dann kannst du, das muss so sein, dass ein Urschrei loslässert. Ja. Und so. Aber dann wirst du passieren, dann wirst du sehen, was mit deinem Organismus passiert, weil du hast ja den Reiz und du hast die Reaktion. Also du kannst mit einfachsten Mitteln super viel für deine Gesundheit tun. Eben einfach immer entmüllen. Das geht durch Bewegung, durch Sauerstoff, durch Atmen, durch Verbrennung. Weil der Krebs kann ja nur entstehen, auch ohne diesen Sauerstoff, ohne die Verbrennung. Und da findet man halt auf Mr. Water ziemlich viel. Wir machen keine Nahrungsergänzungen, keine Empfehlungen, aber wir haben sehr gute Berater da, die sich da einfach auskennen. Das ist deren Hobby. Und da geht es halt über kinesiologische Tests, weil jeder Organismus ist einmalig. Und das, was für dich gut ist, kann für mich nicht, muss nicht unbedingt so richtig sein. Ja, super. Ja, das Thema Wasser begleitet uns immer wieder. Und es ist immer wieder spannend und wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie konnten auch für sich was rausnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017